Guten Tag, heute geht es weiter mit unserer Serie über Super Simple Healthy Snacks, die drei oder weniger Zutaten haben. Heute gibt es Pastinaken Chips und dafür brauchst du Pastinaken. Du kannst auch dafür Möhren benutzen oder frische Rote Bete, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Unbedingt die Pastinaken oder Möhren waschen. Danach oben und unten, was wir nennen auf Englisch Topping & Tailing. Danach die Pastinaken ganz dünn schneiden. Wenn du die geschnitten hast, in eine Schüssel tun, Olivenöl, Meersalz, ein bisschen schwarzer Pfeffer. Weil ich relativ viele Pastinaken benutzt oder drei große Stück benutzt habe, am besten legt die Chips flach und ich mache das sozusagen in zwei Batches. So sehen die Chips aus nach ungefähr fünf, zehn Minuten. So danach drehen und nochmal zehn bis 15 Minuten. Die letzte fünf Minuten, damit die super knusprig sind, gerne hoch auf Grillfunktionen. So sehen die Chips aus. Nach ungefähr rechnen mit 35, vielleicht sogar 40 Minuten. Die schmecken wunderbar, einfach so. Oder zusammen mit Kräuterquark oder Sour Cream oder Tzatziki. Super gesunde Snacks. Oder zusammen mit Kräuterquark oder Tzatziki. Oder zusammen mit Kräuterquark oder Tzatziki.